ja moin zusammen und herzlich willkommen zurück in the last campfire wir gehen weiter auf erkundungstour und ja mal gucken was uns erwartet so also von von da sind wir gekommen okay wir können da hochgehen oder erst mal hier unten bleiben okay da geht es irgendwo hin schön moment kenne ich das nicht das hier ist doch ich bin unsicher ist das der part in dem wir schon gewesen sind ich bin nicht sicher das kommt mir verdächtig bekannt vorne vorne die krähe hängt da irgendwie in der luft kann das sein ja schon so okay hier sind wir doch schon gewesen ja klar natürlich hier sind wir schon gewesen okay da was ist dann hier auf der rechten seite da ist die sache mit der frucht okay also das brauchen wir nicht nochmal erkunden das ist gut also wir merken uns mal es gibt einen weg zurück was sehr gut ist weil irgendwann wenn wir die haben besuchen müssen so wo geht es denn hier hin da ist nischt da komme ich auch nicht hoch hier ist nischt wo komme ich denn hier hin ich glaube hier sind wir auch gewesen ja 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 auch das kommt mir bekannt vor ja ja sehr sogar okay nun wie machen wir dann weiter online ich bin stark ich bin doch nicht stark hier drüben gab es glaube ich nichts mehr zu sehen kann wir da nach vorne weiter da ist er ja genau da ist das feuer okay alles klar dann besuchen wir jetzt mal dass sie ja da drüben ist nichts warte doch da ist was ja da ist wieder wer ist das und guck mal hier liegt eine trophäe herum keine ahnung wo wir die noch brauchen vielleicht sollte ich sie besser hier erstmal lassen dass ich weiß wo sie ist und nicht irgendwo ablegen so okay lass uns mal hier versuchen wo es da lang geht okay da ist noch eine von den statuen sehr gut da oben geht es auch noch weiter da komme ich hoch hier ist eine brücke die ich hoch und runter lassen kann okay versuchen wir es erst mal hier unten bevor ich alles so reiche oh naja okay das ist jemand wunderbar halt ich brauche noch einen zweiten klotz ja hier scheint aber gerade kein zweiter klotz zu sein oder ich muss jetzt irgendwo anders ein klotz her schaffen das alleine wird nicht genügen okay na schön dann hoch oder hier ins ich gehe mal ins laufrad ich denke ich werde jetzt etwas höher packen nein komme ich wieder raus so komme ich wieder raus okay dann war das gar nicht nötig also gut schauen uns doch erstmal hier oben da steht jemand drum was hat das hier zu bedeuten gar nichts da ist scheinbar auch nichts hier kann ich eine abkürzung bauen ist dahinter irgendwas okay interessant da muss ich hochkommen kann ich dieses ding hier hoch transportieren ich gehe es mal und hier ist sehr zu hat mir nicht der obst ein ja ich habe den obst das ist dein schlüssel ja 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 sehr gerne wunderbar okay bevor wir da aber reingehen lass mich das hier erst mal zu ende bringen eins nach dem anderen und so ne also hier unten Augenblick mal den könnte ich vielleicht darüber schaffen und hier so rum okay erstmal raus mal gucken was hier hinten ist ja sehr gut wir stopfen bei der warmth of another campfire the guardian spirit provokes us asks what we hope to resolve okay secret 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 gut ich fasse erstmal nach unten ich versuche mal diesen klotz nach oben zu bekommen so Augenblick mal gucken ob das klappt dich kann ich dich da ganz doch doch es scheint zu funktionieren ach cool ja es funktioniert ja ausgezeichnet hervor okay so und dann hier hin okay ich gehe mal ein bisschen aus dem weg nein warte warte so gut du komm bitte mal hier rüber mhm warte das ist gar nicht hoch genug ne ich muss ihn ganz nach oben transportieren äh ach und ich ahne dass das nicht funktioniert ja ich ahne dass das nicht klappt weil da dieses holzteil davor steht so lass mich raten das klappt nicht na doch 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 die chancen verbessern sich okay ha das funktioniert cool cool ich komm da gar nicht drauf ach nee ach komm schon das wäre so eine tolle ach man muss ich dahinter stehen vermutlich nicht ne das ist vermutlich total egal ja jetzt bin ich nur eingeschlossen doch warte hier ist doch eine treppe hab ich erst nicht gesehen okay okay naja ja ja ist doch okay gut sehr schön okay dann den bringe ich lieber schon mal wieder nach unten den werden wir gleich unten benötigen hoffentlich gleich irgendwann kann ich den auch einfach runterfallen lassen naja ich riske es manchmal nicht so okay gott hier tatatatatata könnte ich die nicht es glaub es wäre einfacher halt so einfacher den runterfallen zu lassen okay so, nein, warte das war ich falsch, ja hier hoch, kann ich den da auch hoch bringen ach, das funktioniert auch interessant, oh ist das eine Möglichkeit hier ne, ich kann mich ja nicht fallen lassen das ist keine Möglichkeit ich muss doch irgendwo einen zweiten finden, obwohl, nein warte mal, ich kann doch hier runter gehen ist hier in der Ecke noch was da ist nichts okay hier unten drunter durchkomme ich scheinbar nicht, aber ich kann doch da hoch gehen, ne ne, da kann ich auch nicht hoch gehen noch nicht das ist ja blöd das ist ja jetzt echt schade ich meine, diese kleine Stufe kannst du hochsteigen das ist ja okay, dass das hier nicht geht in Ordnung aber auf der anderen Seite auch nicht es muss doch ein Weg und wozu bist du da man weiß es nicht, ne keine Ahnung, wofür du raus bist vielleicht im Obstgarten ja, und das Ding ist ich kann den hier zwar da hochzuppeln aber wenn ich draufstehe kann ich da nicht weitermachen dann kann ich den natürlich nicht weiterschicken da ist nichts also ich muss irgendwo noch eine zweite eine zweite Box finden hm na gut gehen wir erstmal oben in den Obstteilen oder ist hier einer von denen von denen kann ich auch keinen bewegen ne ne hier liegt doch keiner mehr rum sonst würde der angezeigt gell ja schade na gut gehen wir erstmal in den Obstteilen wir werden das schon noch rauskriegen keine Sorge so der sterbende Obstteil oh gleich so dramatisch okay hier ist nichts hm 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 ok da ist das Schwein sei hier du kommst da nicht drauf ne warte warte hm wenn ich den jetzt hier abwege bewegt sich da gar nichts da braucht es was anderes ok da sehe ich schon wieder eine Frucht und ah ja ja so da haben wir ein Schweinchen da haben wir noch eins ok hier geht es runter alter es ist wieder verschachtelt ohne Ende hm hm hier kann ich irgendwas hochzuppeln ok unsere erste Höhle äh das ist gar keine Höhle oh hier haha haha aber ich muss mal zurückkommen weil ich möchte da hinten sehen was da hinten ist hm dich werde ich vermutlich hier mit hoch transportieren müssen ne so und so gut nein ach schande ah das ist blöd das ist neu das war vorher nicht so hab ich es nicht richtig einrasten lassen nein das wird nichts kann ich ein Schwein dafür einspannen angenommen ich nehme eine Frucht und lege die hier rein ok jetzt muss ich nur noch einen Schwein finden das ich da dafür einspannen kann äh ausgerechnet hier ist natürlich kein Schwein ne kein Schwein da hm nun nun ok vielleicht hier dass ich das Schwein damit runter transportiere wäre das eine Möglichkeit äh ich wüsste nicht wie ja das nehme ich mit und hi guck mal angegenommen ich nehme den da rein das Schwein hüpft hinterher ausgezeichnet ok das hat schon mal funktioniert das Schwein ist unten sehr gut ach warte hier geht es runter so jetzt muss ich nur noch das Ferkel irgendwie da reinlocken ne so guck mal das war nicht gut ne weil es nicht weiterläuft hm ok guck mal hier ja guck mal da ok und geht es jetzt auch da rein sieht es die Frucht es sieht die Frucht ausgezeichnet ja hervorragend es hätte nicht besser laufen können cool ich rette mal eben das Ding obwohl das Schwein ist da jetzt eingeschlafen irgendwie ist es auch egal ich rette es trotzdem mal dieses Ding so aber ich möchte erst einmal da hinten auf der rechten Seite weiter nachschauen ich finde es voll gut diese Ideen die hier umgesetzt sind finde ich richtig richtig gut da hinten was haben wir denn da das sieht doch nach einem Rückweg aus ne das sieht doch nach einem Hinweg aus guck mal da ist noch eine Box das ist traurig hier vorne ist weiter nichts ok schön ja finde ich gut haben wir auch das herausgefunden ok so hier wieder hoch und dann lass uns mal gucken soll ich den erstmal zurückbringen es wäre wohl das Beste ne so genau du kommst da oben dran zack dann öffnet sich das oh da hinten da hinten die kennen wir doch warte mal die kennen wir doch ja klar hi hey hm 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 Vermeidung Navigation was so was kann ich hier denn machen wenn ich was passiert wenn ich da so drauf stelle ah ja ok gut ähm jetzt nehme ich oh jetzt nehme ich den nochmal ja äh 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 Sekunde so und der letzte da äh 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 hä was Navigation mit Vorsicht irgendwas ist schiefgelaufen ne ich hab aber nicht genau gesehen was ok du da drauf soweit war alles gut so du da drauf äh was ist denn warum hä ach die beim moment beim umkippen beim umkippen lass mich das mal ausprobieren beim umkippen bläst es das Feuer aus ok und das Feuer darf nicht ausgeblasen werden na verstanden ok gut also es kann ja lustig werden also der dahin gut soweit so gut so dann muss ich dich dahin bringen und dorthin bringen ja aber denn der letzte wird kompliziert ne wenn ich den jetzt nach kann ich den nach unten kippen nach unten könnte ich ihn kippen aber er muss ja dann bis hierhin kommen und wenn ich ihn dahin kippe halt hab ich noch einen zweiten stein ich habe keinen zweiten stein hm hm ok und da oben drüber geht's nicht ich kann das ja egal in welche Richtung ich ihn jetzt kippe ne es spielt keine Rolle hm geht es oh je denk nein Mist ok das ist eins der komplexesten Rätsel hier bisher finde ich so für mein für mein kurz vor Wochenende Verstand halt oh warte ich war noch nicht so weit ok so das bringt uns weiter das ist gut das geht auch das geht auch jetzt darf ich nicht nach vorn gehen ok das hier funktioniert bedauerlicherweise nicht das geht leider nicht hm nach da kann ich ihn kippen lassen aber das bringt nichts wenn ich jetzt zur Seite gehe gehe doch das hat geklappt ach das hat jetzt geklappt ach was sonst bin ich immer nicht da auf die Seite gekommen ich habe es schon unzählige Male versucht hier hinten bin ich gekommen aber nicht dahin ok aber dann haben wir es ja ja sehr gut ok warum macht er jetzt macht er es ok wieder jemanden befreit sehr gut hm natürlich selbstverständlich gibt es Hoffnung ob du es schaffst ist damit noch nicht klar aber Hoffnung gibt es auf jeden Fall einfach damit du weitermachst und möglicherweise das Ziel der dann doch erreicht auf die eine oder andere Weise außerdem du bist soweit ich das verstanden habe ziemlich tot also ähm ok so was noch jetzt da darüber hier das da fehlt noch das Schweinchen da haben wir ja dummerweise weggelockt ja da schläft auch immer noch das heißt wir müssten dieses Schweinchen hier dorthin locken ja hi guck mal komm mal mit komm mal du schaffst es ja komm mal mit ach da haben wir ja auch mal ein Schwein gewiesen ja so die Pflanze guckt euch uns schon ganz aufgeregt an ok so ja ihr macht das schon ja gut für uns ist hier eigentlich noch mehr da ist auch noch ein Schwein das ist wieder zurück wie konnte das zurückkommen na naja was soll's ja noch ein nein gut was haben wir denn hier oben da komme ich nicht rüber ach guck an wir wieder haben hallo guten Tag hier bist du ja ja hi hör zu die waren's also ha ja ich seh's was the birds watched and laughed mhm except one precious thing the frog had managed to keep safe ach erzähl mal the frog offered the lotus seeds to ember uh ok das ist aber sehr freundlich von dir danke ja das will ich gern zu hm ja sehr freundlich von dir sehr sehr umsichtig von dir so aber wir gucken erstmal äh ok gut sehr umsichtig von dir wie komme ich denn da hin da ist erstmal noch ein Ziel kalt hm 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 vielleicht geht es nicht nur um uns so oh hier bin ich falsch kann ich da über das äh Blatt springen ich kann hier das Blatt springen ausgezeichnet so hier vorne ne das ist worum es geht ne hi äh was ist das denn die gradlinige Straße was warum ok warum du kommst rein ok ist das ah ja alles klar ok ok darum geht es also mhm gut ok den nehm ich mal da hin ne das hat mich ausgereicht ach schade das ist ja blöd es war klar dass das nicht so einfach ist ne das war so klar ok warte mal den nehm ich mal da runter den brauch ich ja einfach nur hochkippen das heißt dich äh ne das funktioniert nicht der muss noch eine Runde drehen ne und du du kannst da hin und du kommst dorthin und du naja hm kann ich dich auch ah ja ich kann dich da kurz parken das ist gut so äh ne gleich haben wir es es geht schneller aber wer braucht es schon schnell ne ne das bringt gar gar nichts ne kann das sein hm das bringt gar nichts ok kann ich den hier kurz da hin parken so den drehen wir noch mal um ok nein hat noch nichts gebracht das bringt hier überhaupt nichts ne äh so der wäre da gut den möchte ich aber eigentlich da unten haben dass der da unten richtig ist den könnte ich zur Not ja den könnte ich auch nach unten bringen ah jetzt haben wir es ok der da hin und dieser da und dann so ok could not be pushed would not be fanned away hmm ja ok ok hi hey willkommen zurück ich bring dich in sicherheit ich hab mich einfach in diese Situation begeben mich in dieser Situation fallen lassen aber nichts selbst zur Situation beigetragen nehme ich mal an oder daran geändert ok gut wir gehen zurück so jetzt ist natürlich die große Frage was habe ich denn hier noch nicht erkundschaftet das haben wir gesehen das ist irgendwas mit dem hey was macht ihr da hinten was ist da los Leichenfläderei wir wechseln sehr gut ok so hier unten da sind wir gewesen das Ding ist offen was machen wir als nächstes ok hier sind wir drin gewesen hier unten war doch auch noch jemand ne ähm warte mal geht es da oben an der Seite noch weiter das sieht nicht so aus ne nein ok hier unten sind wir gewesen das haben wir alles gesehen 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 zack gesehen 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 ok gesehen gesehen da waren hier unten sind da ist noch jemand wie komme ich denn da hin genau das habe ich noch nicht rausgefunden äh ok stimmt stimmt da fehlt mir die äh die Box ne was mache ich mit den Frischen hm da kann ich die Frische hier irgendwie platzieren ich glaube es kaum wozu auch ja wozu auch keine Ahnung wozu der gut ist noch nicht hm ich kann den hier bringen kann ich denn da hinten ach ne das hatte ich schon ausprobiert ob ich da auf die Seite drauf kann das ging nicht das ging nicht besonders gut ok es scheint hier etwas damit zu tun zu haben hier auf die Seite zu kommen aber er kann ja da nicht oder es kann ja da nicht hochspringen hm hier da kann er nicht hochspringen hier kann er auch nirgendwo hochklettern oder so ok angenommen ich sprich dieses Ding jetzt erstmal da hin gibt es denn hier vorne noch irgendwas zu entdecken guck mal da könnte ich doch kann ich nicht hochklettern du bist was bist du denn äh äh ok was 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 mache ich denn damit mit der Muschel was ok ok da oben komme ich runter hi aber mit dir kann ich nichts machen hm was mache ich mit der Muschel sicherlich nichts mit dem Frosch oder so hm da war auch niemand drin hm merkwürdig hier komme ich auch nicht rein ok hier komme ich auch nicht irgendwo rüber oder irgendwas hm guck mal den kann ich da den kann ich da drauf packen ja das wird für später wichtig aber wie komme ich denn erstmal da hin hm 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 ach ich glaube ich weiß oh nein es ist so einfach ne ja es ist so einfach es ist so einfach unglaublich unfassbar wieso habe ich das denn vorhin noch nicht gesehen halt so ok ich schalte uns erstmal den rück nein ich schalte uns nicht den rückweg frei ok hi jedes Feuer anzünden jedes Feuer hm hm ok das sieht so aus als würde er uns runterfliegen ne das geht aber nicht ne oh ne das funktioniert auch nicht gut das funktioniert schon mal das ist gut ok das geht nicht ne das klappt nicht so wie ich mir das denke ok ah das war ich war ok hm hm ne ich denke das ist so ok da muss ich hin das heißt ich brauche nur hier ah das geht nicht schade ein weiter nein zwei weiter das hat schon ein bisschen was von Alpenoraden was ich hier mache gut das wäre dafür gut aber dazu brauche ich hier erstmal Feuer oh ich kriege hier Feuer warte mal ist doch ganz einfach so und so hier ist doch ganz einfach voll überheblich gut hier ja haben wir sie eigentlich schon alle gefunden ich weiß nicht wir sollten zum Koch zurückkehren ich denke hier haben wir ohnehin nichts mehr zu tun mhm hi na den Eindruck habe ich in diesem Augenblick nicht aber grundsätzlich gebe ich dir recht ja ok so lass mal gucken allmählich ich habe nicht mitgezählt wie viele wir schon bekommen haben also wie viele wir bereits gerettet haben aber ich möchte ohnehin mal zum Koch zurückkehren mhm zum 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 meck meck ok ok hier da unten geht es auch noch lang ne ne da unten sind wir doch schon gewesen sind wir waren wir nicht hier bereits ja hier waren wir bereits guck mal Froggy oh warte mal apropos Froggy's das lass mich nochmal eben machen so Froggy ja aber ich glaube ich habe erst drei entdeckt wenn ich mich richtig zinne da ist nun mal zwei und spielt die Ausrichtung eine Rolle keine Ahnung und hier hatten wir da eben die Nummer drei wo ist er wo ist er da ist er ok du kommst bitte auch mal mit aber ich entdecke mich nicht noch einen Film gesehen zu haben hm oh ups wand ok so gut haben wir oh nein das war schon alles gerüchtig ich hätte sie nämlich nicht nur ein Vierter gewesen wäre allzu weit entfernt kann er ja nicht sein da oben hier unten hm hier an der Seite ah guck mal was wir da haben hidden inside was the Wanderers Journal our feet are weary the hours long there will be much to do when we arrive I tell my companion of those waiting at home they do not seem to know what to say hm 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 ok hier geht es wieder hier geht es doch wieder ja hier geht es wieder nach vorne ich bin nicht sehen ich schaue mal kurz ob wir hier auch einen einen ne das kann ja nichts mit Klettern sein ah ah wenn da Klettern drin ist dann funktioniert das nicht weil wir dann den Frosch nicht mitnehmen können das kann es also nicht sein ok also so nur irgendwelche hier gucken wir nein ähm Treppen sind okay Appel sind okay aber gut zwei fehlen uns noch ok warte mal da oben ist das da ne das ist nichts doch da ist doch einer doch na klar hier ist er doch ja sehr gut hahaha so hi Leute gut und dann da hinten runter was ist das denn hier äh okay irgendwas scheint hier hin zu gehören hm nö ist aber nur ein Podest aber sieht schon ein bisschen so aus als ob da irgendwas naja hingehört halt falsch ah sieh mal einer an wir gehen noch nicht zum Koch zurück ok da kommen wir rein Secret wunderbar das machen wir aber erst beim nächsten Mal Leute vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich tschüss